Lange aus den eben genannten Gründen halte ich es für unerlässlich, das chinesische Bruttosozialprodukt nicht zu unterschätzen. Verglichen mit den Exporten unserer europäischen Nachbarn bewegt sich unser Export nach China auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Und deshalb muss unsere Sales-Strategy da abzielen. Wenn wir schauen, dass wir den Chinesen unseren Glumpen nicht drücken, weil es kann ja nicht sein, dass die anderen Wursten mehr verkaufen wie wir. Jetzt können sie ihre bayerischen Mitarbeiter auch dorthin schicken, wo Preußen einen Vortrag halten. Mit Lingua Bavarie, dem deutsch-bayerischen Übersetzungsservice. Lingua Bavarie, denn der Erfolg hat viele Zungen.